Hallo, ich bin Manuela und ich mache Body Enjoy Faszien Yoga. Ich zeige dir jetzt eine Rollmassage, die dazugehört. Dabei gibt es drei Dinge zu beachten. Erstens, rolle ganz, ganz langsam. Zweitens, rolle immer nur in eine Richtung, in Herzrichtung. Und drittens, beachte deine Schmerzgrenze 10. Das ist der Moment, in dem du anfängst, das Gesicht zu verzerren. Bleibe also immer schön darunter. Ich zeige dir jetzt, wie du die Außenkante deines Arms abrollen kannst. Positioniere deine Hand so auf der Rolle, dass der kleine Finger aufliegt. Und versuche mit der anderen Hand etwas Gewicht zu geben. Das Gewicht ist ganz wichtig, damit du die Zwischenzeitflüssigkeit wieder gut verschieben kannst. Und wenn die Rolle schön weich ist, kannst du da tief ins Gewebe eindringen. Bevor du beim Ellbogen ankommst, positioniere dich in der Bauchlage, strecke deinen Arm durch und rolle langsam so weiter Richtung Herz. Auch da kannst du deinen Kopf gut nutzen, um Gewicht zu machen. Du kannst dich jetzt sogar ein bisschen seitlich abdrehen, dass wir gut den Seitenbereich erreichen. Und rolle so langsam weiter. Du wirst in diesem Bereich vielleicht wieder starke Verspannungen spüren. Wenn es zu heftig ist, nimm den Kopf weg. Ansonsten kannst du den Kopf aufliegen lassen. Rolle auch da ganz weit in den Armbereich rein. Also bis zur Achselhöhle, wenn möglich sogar in den ersten Rippenbereich rein. Soviel zu dieser Rollmassage. Und ein ganzes liebes Grüßchen von der Manuela Body Enjoy Bastian Yoga.